Ich finde das ist eigentlich schon relativ geil. Gut. Ist jetzt nicht das beste, aber für so einen normalen Gegner ist das schon gut. Na normal. Der ist fünfmal dann gestorben. Ja, aber das ist eigentlich schon ein ganz normaler Gegner. Wo bist du? Bist du weitergelaufen? Mhm. Tenner. Ja. Na links. Ja. Oh Junge. 4 Leben, sterbe ich sowieso wieder. Ja. Ach. Oha, hier ist ein Wolf, ich weiß, wie schnell der ist. Ich will gar nicht wissen, wie auf die jetzt schon gestorben sind. Wolf? Der läuft richtig schnell, Alter. Ein normaler Wolf. Einfach so ein Wolf. Nicht ein Werwolf, ein Wolf. Nein, ein ganz normaler Wolf. Der sieht auch aus wie ein Wolf, ganz normal. Warum ist ein Wolf schneller als ein Werwolf? Hier ist ein Pixie oder was das sein soll. Junge, das war grad so nice, wie ich dich überholt hab, Junge. Ich war so richtig konzentriert, so konzentriert war ich in meinem Leben noch nicht. Ich hab's gemerkt. Ja, komm, du noch nicht so, dass du nicht auch konzentriert gewesen wärst. Geh, ich hab die ganze Zeit nur gelacht und so. Junge, du hast genauso, Junge, du so, du hast so, du bist, wir sind so gestorben. Ich so, oh, ich glaub da ist was und du hast ja schon so gedacht, ja, da ist was. Ich hab's gesehen, da stand ein Frost-Helmet. Hab schon so gedacht, das muss ich jetzt kriegen. Und dann hast du dich so voll gefreut, weil du zuerst gestorben bist. Und dann hast du so 1 Sekunde Vorteil. Aber Junge, dann hab ich diesen übel-nicen Move gemacht, Junge. Einfach so Speed rausgeholt, Junge. Und dann war's so, dann... Das war kein übel-nicer Move. Junge, was war das? Nee, nee, nee. Junge, wer schießt denn da? Bitte? Bist du noch in der Wüste? Bist du noch in der Wüste? Nee, nee. Wo denn? Ich lauf grad zurück, irgendjemand hat ja auf mich geschossen, irgendwas Unnormales. So ein Golem? Fire Golem. Fire Golem? Eben war's ein Eis Golem. Spaß. Dann droppt da vielleicht auch was. Spaß. Da war nix. Da war's so'n Schwasti, ne? Darauf nehmen wir halt auch was. So'n Mongo. Hallo. Ich find das cool, dass wir so komisch verkackte Bioma haben. So'n Strand mit, äh, so'n Strand. So'n, 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 so'n Ding hier. Wie heißt das? Wie heißt das? Wüste. Wüste mit Schnee. Unicorn. Ja, kennen wir doch schon. Der Volk einfach mal das reiten könnte. Du hast bestimmt mit Friedrich gespielt, ich kenn das nicht. Was? Du hast dann mit Friedrich gespielt. Nein, wir haben das doch echt schon vor auf den Case gesehen, du Affen. Ich weiß, das war Spaß. Ich hab nie allein mit Friedrich gespielt, nur du. Ja, aber, doch, du hast schon ein paar Mal, wo ich nicht da war. Ja, so zehn Minuten. Oh, guck mal, soll ich mal reingehen? Ich will testen. Ich will auch testen. Wer hat mich sterben jetzt direkt? Ah, tot. Ach, hieß dein, ja. Ne, ist genau gleich, glaube ich. Ne, ich kann nicht ohne meinen, äh... Leuchttel. Ja, deswegen hab ich ja gesagt, der bringt eh nix, weil wir eh Leuchttel benutzen. Der ist einfach OP. Ne, ist nix, lass wieder rausgehen. Oh Junge, weißt du, wie weit ich jetzt gelatscht bin? Doch, guck mal, hier ist was. Die selben. Nein, guck mal. Hier sind so ein paar Kisten. Halt's Maul! Willst du, dass ich zu dir komme? Halt deine Fresse! Ja, okay, aber ich weiß, die Kisten auf. Was ist so ein Mongo? Komm Junge, schnell! Halt's Maul! Ihr seid halt unter mir, am rumlaufen. Wie so ein Mongo. Komm Junge, schnell! Ich hab die ultrageheime Taktik, die musst du bestimmt nicht rausfinden. Waren wir überhaupt schonmal? Ne, ne? Hier ist unsere Erkundungs... Ich hole eh wieder auf, weil ich der beste bin. Ne, weil ich die ganze Zeit auf der Web irgendwas gucke. Ja, du bist echt der beste. Oha, was ist das hier? Lass mal hier reingehen. Super. Guck mal, hier ist sogar... Hier ist sogar ne Stelle zum Ertrinken, das ist ja echt klasse. Oha, Junge, wie tief geht das? Nein, hab ich keinen Bock drauf. Hörst du, ob sie ganz hinten... Lass mich raus! Hörst du diese Geräusche? Ja, hmmm... Das sind diese Typen. Guck mal, ich seh schon aus, das hättest du weg. Ne? Ich auch. Ne. Du siehst einfach nur... Ich bin da... Guck mal, ich bin so gegen Regen... Ich bin perfekt gegen Regen geschützt. Ich bin fett gegen Eis geschützt. Ja, mit einem Helm. Ich hab Helm und... Raincoat. Ja, du könntest mir auch einfach einen Raincoat geben, dann hättest du schon einen Raincoat. Das ist doof. Ich sag's dir, wenn ich das nächste Mal irgendwas geiles kriege... Wenn ich dieses Poison-Ding wieder kriege, das zweite Mal... Halt's Maul. Dann können wir tauschen. Nö. Nö, will ich nicht. Kein Bock. Als obi, Junge. Das musst du mir dann geben. Nö, musst du nicht. Doch, du bist dazu verpflichtet dann. Nein. Doch, ja, aber da kenn ich nix, ist mir egal. Oh nein, Ozean. Das ist auch super schlau von uns jetzt hier rein zu fahren. Gibt's Boote? Wieso Boote? Lass mal ru... Ich will mal rüber gehen. Wie rüber gehen? Ja, aber rüber bauen. Geht das? Wie geht das? So doof? Ne, Terraria kann man nicht über Wasser bauen, das ist verboten. Ja. Boah, irgendwo das ist voll behindert. Einfach wie der Fett ist immer aus dem Weg gehen. Das bringt's vor, wenn wir beide gleichzeitig waren. Ich... Ich hab das schon gemerkt, wir sind richtig intelligent. Ja, das ist auch gut, wenn man zwei Blöcke untereinander... Zur Sicherheit. Ja, das bringt's. Nö, das ist gut. Und... Äh, äh, gut geklappt denn da, Respekt. Entschuldigung. Das macht er sowieso noch zehnmal. Wenn du einmal davon geklappt, dann freut er sich. Gut. Ist echt... Weil ich mir so'n Typ verfolgt und selbst mal versuchen von ihm wegzulaufen. Oh Jumann, was machst du denn? Nein! Nein! Boah, Jumann, ich hab mich voll verarscht. Jumann, das war voll gut, Alter. Lass mal bitte wieder auf dasselbe Level. Jumann, das ist irritiert voll. Die sind Haie, oder? Ja, tauch mal nach unten. Anstatt dass du dein Ding benutzt. Was für'n Ding? Dein Arm! Ach, stand nicht auf jeden Arm! Voll vergessen. Jetzt... Schwemmt der da ganz hinten, Alter, doof. Ich hab' ich nicht mehr. Knutzt dein Arm! Jetzt! Ich hab' dein Leben gerettet. Ne, ist denn nicht. Ja, was bringt das jetzt noch dahin, wieder zu gehen? Ich will bei den Seemann! So doof! Da ist doch nix mehr! Wie, da ist doch nix mehr. Höpple, den ich der Screen da auf! Ach, hier ist Ende! Ups! Ja, ist doch schnell bis zum Ende, Pau. Das ist mal ne kleine Map. Das wird mich zufrieden machen. Hier... Uaaaaaah! Ja, geil! Haben wir viele Caves hier gesehen! Oh, man! Lass einfach hier jetzt hier rechts runter bauen, oder? So richtig mit High Speed. Hier rechts runter bauen. So, hier direkt runter bauen. Ab hier. Warum? Was bringt das? Einfach ne Cave suchen. Oh, hier sind so richtig schlaue Idee von Tanner. Ja. Ja, ich will irgendeine Cave finden. Ja. Und damit hier kein Mongo kommt... Komm, mach bitte jetzt! Okay, hier finden wir nullkommanix in der Cave. Ja, ich seh's. Vor allem so ne richtig geile Cave. So eine Mongo Cave. Warum geht das so langsam? Ich hab gehört, dass immer die richtig guten Ideen am Start. Guck mal hier. Wow. Brauchen wir ja so dringend Kobalt, ne? Hab ich vergessen, sorry. Wir haben echt immer richtig intelligente Ideen, hab ich ge... Also das ist echt sinnvoll, was wir hier machen. Einfach mal nach unten graben. Verfolgen. Glaub mal, wir finden noch was. Ja. Ja. Kannst du bitte weitermachen, danke. Du warst das. Ich weiß. Unfall. Ob wir uns jetzt hier in dieser... 3 Meter tiefen Cave rumlatschen oder was. Ey, hier ist gutes Ohr. Ja, toll. Oralkium. Warte, das muss gleich sein. Ist es doch. Hey, bist du behindert? Das ist falsch. Das hier. So ist richtig. Guck mal, wie wir richtig abpelsen hier. Super. Guck mal, da finden wir immer so richtig große Höhlengewölbe. So ein Raum. Guck mal, was da... Oh, unser Freund, Junge. Ich freu mich auf den... Geil. Geil, Junge. Harte Bruder, Junge. Da haben wir so richtig geil Wasser und so ein... Junge, der nochmal durch Wasser geht und wir trinken dabei bestimmt. Geil, der ist auch so ein Schwuchtel. Mal auf den Nerven, Bastard. Ich freu mich mal hier rein. Perfekt ist das hier, perfekt. Ernst auf der Weitergeraden. Viel Spaß. Ja, Junge, es geht ja jetzt. Das fließt ja jetzt alles ab. So. Würde ich sehen, wie das alles abfließen lässt. Das ist nämlich ziemlich viel. Ja, das fließt alles ab, habe ich gehört. Gerade mal da links. Genau, der ist schon... Da sind nämlich ein paar. Das ist schon so richtig. Junge, wir gehen nie wieder in unserem ganzen Leben. Warum willst du jetzt unbedingt genau da... Nee, das fließt nicht. Hier, jetzt fließt alles ab. Gehst du wieder nach oben? Nein. Ich brauch Hilfe. Oh, das war es für ein Mungus. Das ist ja Mungus. Ja, das ist ja Mungus. Dote Mungus. Kann ich woher... Oh, was hat denn für eine Mungus scheiße? Nur weil die dumme Kacke hier meint, um mit dem Kacke runter zu müssen. So, ich glaube jetzt einfach die Cave runter, da habe ich keinen Bock drauf. So findet man hier so einen netten Gesell. Guten Tag. Ich weiß nicht, was du dir hier von sprichst, aber ich weiß nicht. Kommen wir weg. Geil. Unser Exkurs hier ist echt. Warum muss ich jetzt das Wasser graben? Das war eigentlich gut, ja? Ist doch gut. Guck, das fliegt jetzt wieder alles ab. Hier ist nämlich noch eine Cave. Hier sind ein Health Crystal. Brauchen wir aber nur noch den Health Crystal. Ja, okay, ich glaube hier ist nichts mehr. Wow! Gute Erkenntnis. Das ist doch mal eine Frage. Nein, aber komm. Hier ist noch okay. Warum hast du das Wasser bei mir reingelassen, Tanner? Warum hast du das gemacht, Tanner? Was denn? Wasser bei mir reingelassen. Hab ich gar nicht. Hm. Oha. Hau die mal die Leute. Hier ist wieder Ohalkiung. Ich hab da jetzt. Ich bin doch jetzt schon an der Luft, Otto. So. So voll lange. Echt? Das ist dick. Das ist Jahrhundert. Der Kilo. Hier. Ich hab gesehen wie... Das ist krass. Du bist echt an der Luft, mein Freund. Ja, hier. Geh weg. Och. Oh. Oh, Junge. So unnötig. Das bist du Kacke. Dann ist wieder Ohalkiung. Korrekt. Nächstes finden wir hier ein bisschen Nützliches. Wow. Oh, Ohalkiung. Ja, das ist auch wow. Ja, das ist auch wow. Ja, das ist auch wow. So. Gib dir gleich wow. Wenn wir Ohalkiung später gemacht haben, dann können wir dieses grüne Abgang, das wir voll oft gefunden haben. Ja, komm mal. So. Ich will hier so ein paar Sachen entdecken, wie ich hier so... Warte, hier ist nur Saphir. Hier ist auch irgendwo anders. Ja, das war cool, oder? Was machst du da jetzt, Heller? Herr, siehst du nicht, wie viele geflossen kommen? Bist du eigentlich gestürzt? Das bringt nichts, um Kaisel auch klein zu machen. Ich habe euch jetzt zugemacht. Ah, wir sind tot. Puh. Ah, wir sollen auch mal ein Luftloch schnappen da. Wenn dein in Not ist, der kann dann kommt er direkt wieder zu mir. Wollt ihr maulen? Wollt ihr schon was sagen? das war ein bisschen abschließen das reicht zu sagen dass du magst das wasser zucker korrekt du weißt dass es die anfangscaves sind da wo man ganz im anfang lang läuft das weißt du ne trotzdem finden wir gute sachen wir sind nein tun wir nicht wer ist das bound wizard christian der hölle crystal ball ice rod mana potion harps belt home music box oha ice rod kostet ein platinum wie viele life crystal sind hier bitte hier ist ein wizard was kaufen ja dann geht der zwischen dazu zu hause oder keine ahnung bist du überhaupt und das sieht ja gar nicht gut aus da oben bei dir ja bist du doch was machst du wo ist denn der wizard jetzt genau das ist da oben jung kannst du erklären wo da oben sein soll hier ja ungefähr der war gerade eben noch hier hast du gestorben der stand hier auf der ecke ja der stand genau hier da ist er weg der hat aber eh nichts gutes ist was hat denn die ice rod gemacht und ein eisblock gespawnt wow ein platinum dafür und 26 damage halt ist ja eigentlich geil so eisblock gespawnt so in der luft da kannst du so junge so wie so ein superheld wo bist du das ist w w w w w Vielen Dank.